Wird die Altersrente Mitte 63 abgeschafft? 2 Millionen Rentner freuen sich seit 2014 über diese abschlagsfreie Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, im Volksmund auch gerne Rente mit 63 genannt, ist wieder ein Thema. Des einen freut, des anderen leid, so könnte man es sagen. Rund 2 Millionen Versicherte können sich freuen. Seit dem 1.7.2014 bricht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die man ja nur ohne Abschlag bekommen kann, viele Rekorde. Bis Juli 2022 haben rund 2 Millionen Versicherte diese Rente in der Variante seit dem 1.7.2014 erhalten. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wurde erstmals zum 1. Januar 2012 eingeführt. Und zwar im Zuge der Verlängerung der Regelaltersrente wurde diese neue Rentenart damals eingeführt. Damals noch mit Vollendung des 65. Lebensjahres und 45 Jahre Wartezeit. Seit dem 1.7.2014 kam die große Neuerung. Das Renteneintrittsalter wurde für Versicherte ab Beginn dieser Rente zum 1.7.2014 auf das 63. Lebensjahr für die Geburtsjahrgänge vor 1953 abgesenkt. Im Zuge dieser Nahles-Reform oder auch Nahles-Rente genannt, kommt es zu einem wahren Run auf diese Altersrente. Die 2 Millionen Marke ist geknackt. 2021 haben gut 270.000 Menschen die abschlagsfreie Rente auf Antrag erhalten. Der höchste Wert seit 2015. Die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte kostet der Rentenversicherung aber auch richtig Geld. Allein im Juli 2022 zahlte die Rentenkasse rund 3,4 Milliarden Euro an Rentenleistung allein nur für diese Altersrente an die entsprechenden Versicherten. Die Kosten für diese Altersrente liegen höher, deutlich höher als geplant, denn rund 400.000 Menschen mehr sind in die Rente mit 63 gegangen als bei Einführung zum 1.7.2014 geplant. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte kann ich nur unter anderem deshalb beanspruchen, wenn ich bei Beginn der Rente mindestens 45 Jahre Wartezeit nachweisen kann. 45 Jahre Wartezeit bedeuten in der Regel aber auch, dass viele Beiträge in die Rentenkasse für den einzelnen Versicherten für eingezahlt werden. Im Schnitt kamen Neurentner im Westen auf 1.644 Euro Bruttorente und im Osten auf 1.350 Euro Bruttorente für diese abschlagsfreie Rente. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist für die damaligen Planer um Frau Nahles ein Erfolgsmodell. Natürlich für unsere gut 2 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die diese Rente auf Antrag seit 2014 erhalten. Auch für die Wirtschaft und Teile der konservativen Politik aber ein Dorn im Auge. Diese Herrschaften würden die Altersrente für besonders langjährig Versicherte am liebsten sofort abschaffen. Wir finden keine gute Idee. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentengeschalt24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel